So ihr kleinen Rübilletten, war sehr schön euch kennengelernt zu haben. Ja meistens. Wir machen uns langsam Startplan, ne? Du hast dich noch mal schön eingesaut. Ja, da wird sich Sylvie freuen. Quak quak. Okay, habt ihr euer Frühstück schon fertig? Ein bisschen noch, ne? Okay, paar Minuten, dann gehts los. 1 1 1 2 3 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.